Fortuna! Helau! Großen Montag! Helau! Die Leute drehen durch. Es ist eine super Stimmung, alle haben Bock. Das Wetter ist schön, was willst du mehr? Eine Wahnsinnsstimmung, eine Wahnsinnsbegeisterung. Es ist schön, so viele glückliche Menschen zu sehen. Hunderttausende, die zu jubeln, die einfach fröhlich sind. Diese Stimmung ist einmalig und dass die Fortuna dabei ist, nicht nur selbstverständlich, sondern hier fühlen wir, was die Fortuna auch ausmacht. In dieser Sterb für die Menschen. Ja, ich glaube, das kommt aber auch von uns, weil wir dieses Jahr im Pokal weit gekommen sind. In der Liga sind wir auch vorne mit dabei, auch wenn jetzt die letzten Spiele nicht so erfolgreich waren. Aber trotzdem müssen wir so weitermachen, dass wir die Leute mitnehmen. Eine positive Resonanz von allen ist gut, aber müssen wir weitermachen. Wir sagen, wir wollen Naba sein. Und was wir hier erleben als Sympathieträger der Stadt, diese Begeisterung, die Atmosphäre, das ist Teil von Fortuna für alle. Und dann machen wir uns auf den Weg. Das tut uns allen gut. Wir haben schwierige Wochen vor uns. Da müssen wir performen. Und ich glaube, das tut uns gut, einen Tag einfach mal abzuschalten und Spaß zu haben.